Okay, Technik die begeistert. Eine Transmissionsriemen-Bohrmaschine. Natürlich ist das alles nicht ganz ungefährlich, deswegen ist sowas natürlich im gewertlichen Einsatz mittlerweile verboten. Aber wenn man dann noch etwas hat, könnte man das ja noch als Technikansierer betrachten. Es gibt sicherlich 100 kreativere Wege, sich umzudringen. Okay. Okay. All right. Aktiviertel. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020